Die Täuschung ist eine Kunst, die der Kapitalismus mit dem Sozialismus teilt. Wächst du in der kapitalistischen Welt auf, wirst du manipuliert von den Unternehmen. Lebst du in einem Land wie Kuba, manipuliert dich die Partei. Bevor ich mich in einer fremden Welt durchschlagen musste, war ich, Arsenio Morella, der Jüngste bis Nero aller Zeiten. Bis wir plötzlich von hier verschwinden mussten, ohne dass ich überhaupt kapierte, weshalb. Außer einer gottverlassenen Hütte im Dschungel und ein paar Familienfotos ist mir in Kuba nichts geblieben. Das Land, in dem ich geboren wurde, ist mir längst fremd geworden. Die Täusche Seit Jahrzehnten müssen die Kubaner ums Überleben kämpfen. Ende der 80er haben sie 85% ihres Handels mit den sozialistischen Bruderstaaten abgewickelt. Es war ein sozialismus, der nicht die Efficienz Económica eficienz hat. Wir haben den sozialismus, den wir konnten und nicht den, den wir wollten. Warum wollen Sie den sozialismus nicht mehr? Wir haben uns nicht veränderten unseren Wirtschaftssysteme. Diese Revolucion ist es nicht. Es hat sich keine Jodid, es hat sich keine Jodid zu tun. Wenn wir die Geschichte sehen, dass wir uns eine Köln ist, von einer Metropolein. Der Kommandant der USA hat mehr als der Kubanant. Das war diese Arbeit hier in der Straße. Ich war das Revolucionario und er war tot. Der einzige Blocke aus dem USA war der Blocke Socialist. Das ist der Sozio. Das ist der Sozialismus. Was ist der Ende des Kubanen? Die Kubanen und wir, die Jungs, die Menschen, wir leben. Wir leben mit dem Sozialismus und wir leben mit dem Sozialismus. Wenn wir nicht möglich sein, dass unser Projekte sustentable ist, verlieren wir den Sozialismus. Entschuldigung Diese Sektion und Sie Leere în Spiegel www.hansgroa.at